So, willkommen zurück zu Evo... ne Quatsch, Equilinox. Und ich glaube mir fehlen jetzt nur noch die Marigolds, die aus Lilies entstehen. Lilies waren ganz einfache Blumen. Aber... Wir müssen sie erstmal finden. Ja... Ach ne, das ist ne Tulpe. Scheiss... Ja? Hm... Was seid ihr? Auch nicht. Auf meiner Blumeninsel eventuell... Tropische Blume... Tulpe... Okay, wir pflanzen einfach mal ein paar Lilies. Sonnenblume... Ja... Dann pflanzen wir einfach. Daisy... Hallo... Papa... Lili... Yucca... Da... So... Gucken wir mal... Marigolds... Brauchen wir dich in Orange... Och Gott, und noch... Über 50%... Woodland... Und Nüsse... Och Gott... Woodland... Hatten wir hier hinten gehabt. Ähm... Kurz schauen... Forest... Woodland... Woodland... Hier... Nüsse... Ich glaube das waren Nüsse hier... Gut... Dann... Mal schnell eine... Lili... Hier hinpflanzen... Und mal schauen... Nüsse sind erreicht... Wir brauchen es in Orange... Kaufen... Ich pflanze mal noch eine zweite Lili hin... Und eine dritte... So... Alles bitte in Orange... Kaufen... So... Ähm... Was ist da schon wieder... Aufgeploppt... It's a trap... Oh... Okay... Unsere Fliegenfallen... Haben schon... 40 Fliegen... Erwischt... Sehr schön... Gut... Wartet... Die... Markieren wir uns erst mal... So... Lilies werden uns angezeigt... Mal schauen... Ah... Okay... Fliegen sind doch... Wow... Habt ihr das gerade gesehen? Boah... Schnappst du jetzt auch zu? Ach... Warum muss... Der Sumfer muss so neblig sein... Also... Aufpassen... Welche Pflanze schnappt als nächstes sich... Eine Fliege... Da... Die und die da... Ach... Nicht schlecht... Okay... Ähm... So... Jetzt aber... Zurück... Hier hin... Die sind noch zu dritt... Das heißt... Noch kein Nachwuchs... Oh... Doch... Doch... Hier hinten... Hier hinten sehe ich doch was... Bist du in der Nähe? Ah... Natürlich keine Nüsse mehr... Zu weit von den Nüssen entfernt... Und... Du wahrscheinlich... Von den Nüssen... Und vom... Woodland entfernt... Okay... So... Jetzt komm... Muss auch eine direkt hier entstehen... Kartoffelpflanze... Bist du noch nah genug? Nein... Das müsste aber jetzt reichen... Starte Evolution... Auch wieder bis 400... Gut... Dann können wir nochmal schauen... Mach ich kurz... Da da da... Hm... Ich glaube dann hätten wir alles... Tja... So... 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 als squirrel 1 sein ein wilder bär oder ein wildes schwein moment oh gott wow ok ein wildes schwein wo hatten die sich denn wohl gefühlt 30, 70 moment, was hier rumlaufen so nochmal checklist schauen wildschwein squirrel evolutionspause machen wir mal hier weiter jetzt brauchen wir noch eine Möwe so darf habitat mag bäume zack eine dahin eine dahin eine dahin so jetzt müssen wir die tier checklist erstmal wieder komplett haben so komm marigolds müssten gleich entwickelt sein mal 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 hoffentlich nicht verlaufen ich muss noch mal kurz bei banana schauen über 15 meter tropen ok man das nicht tropen hier hinten Tropical, doch ja, 88, 95, 98, so, dann geht es weiter mit unserer Pflanzencheckliste. Ein Kirschbaum, Kirschbaum, Pinkflower, da, 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 Wo fühlst du dich wohl? Zwischen 25 und 75 in Lush, Gott. Zwischen 25 und 75. Was wäre hier hinten? Naja gut, wir pflanzen einfach mal ein paar hier hin. Nicht ideal, scheiße. Okay, 19%. Egal, egal. Pflanzencheckliste. Eukalyptusbaum. Eukalyptus, haben wir doch hier schon gesehen. Habitat, Grasland. Grasland. Oh. Okay. Grasland. 70. 71. Komm, wir machen einen hier hin. 63. 64. So. Grasland. 78. So. Gut. Ähm. Pflanzen. Heelblumen. 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 Was ist das denn schon wieder? Ich glaube... Ich hab's doch vor uns gesehen, oder? Da. Wo bist du? Umbrella. Da. 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 Wurf... Tropen. Okay. Tropen waren hier hinten. Irgendwann mal. Nein. 88 Prozent. Jawohl. Komm. Bei 72 nehmen wir dich auch noch mit rein. So. Oh. Oh. Palme. Palme. Palmetree. Tropen. 120. Zack. Na. 78. 86. Gekauft. Pflanzencheckliste. Da. 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 Eine. 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 Baum. Gut. Das machen wir dann vielleicht wieder in der nächsten Folge weiter. Tschüss. Ciao. Bye. Bye.